Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie begeben sich gerade in sehr gefährliches Fahrwasser Irgendwas ist auf diesem Schiff passiert Was birgst du nur für ein Geheimnis? Was ist denn das? In dem Modell ist ein Hinweis versteckt Auf einen der größten Schätze der Menschheit Gut gemacht, Struppi Wollen Sie das jetzt als Beweisstück sicherstellen? Keine Angst, Herr Tim Bei uns ist das Beweisstück sicher Schulte, wo steckst du? Oh, ich bin schon vorgegangen Beeil dich Er hat keine Ahnung, was ihn da erwartet Sie kennen den Wert des Pergaments Ich werde es finden Egal ob mit oder ohne Ihre Hilfe Danke, ich heiße übrigens Tim Haddock Archibald Haddock Findet Sie, findet Sie beide Hände hoch Sie wissen schon, was Sie da tun, oder? Ganz ruhig, ich hab mal einen Piloten interviewt Ich schwöre, ich finde diesen Schatz vor ihm Was machen Sie da? Ein kleines Feuerchen In einem Boot? Das ist ja ein schöner Schlamassel Niemand Klaut mir mein Schiff Das klingt vielleicht verrückt, aber ich hab einen Plan Grausartig Lanz! Wir sind noch nicht da Nein, Lanz! Haben Sie was getroffen? Ach, herrje Festhalten, Tim! Wir können nicht umkehren Noch nicht Noch nicht